So meine Freunde und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Silver Strategie Stunde und wir sehen's, ihr seht's, der Boss höchstpersönlich nach Digaspeed, versteht sich von selbst, Ludicolo oder auch Kappaloris oder auch Kappa genannt. Wir haben ihn einfach das Swag Pokémon Over 9000 mit einem Wassergras-Typen, der sehr interessant ist, guten Fähigkeiten und einen, ja, eher mittelmäßigen bis schlechten Stats, beziehungsweise, ja, Stats halt. Nö, jedenfalls, wir haben hier eine 80er HP Base, die okay ist, ATK von 70, die gar nicht mal so scheiße ist, aber eigentlich auch scheiße, würde ich mal sagen, Defensive von 70, die eigentlich nicht gut ist, 90 von Spezial Attack, der auch nicht gut ist, aber, ja, man kann damit was machen, würde ich mal sagen, Spezial Defensive mit 100, die gar nicht mal schlecht ist und 70, das mittelmäßig bis scheiße ist. Ja, Leute, ihr seht's, an den Stats liegt es nicht, dass dieses Pokémon ja fast schon beliebt ist, also es ist auf jeden Fall beliebt, aber nicht im Competitive, es ist ja auch im NU, aber das Gute an dem Ding ist, es hat die Fähigkeiten Swift Swim, also Wassertempo, und es hat den Raindisch, also Regengenuss, und das hier, weiß ich nicht, was es ist, kann nicht confused werden. Okay, ja gut, dafür würde man sowas nicht hingeben. Und das allererste, was man zu Kapaloris sagt, Leute, es funktioniert eigentlich nicht ohne Regen, ohne Regen müssten Quaxo eigentlich Supporter drin haben, oder ihr müsst ihn selber mal hier den Raindance geben, weil das ist wirklich das Wichtigste an Quaxo, sonst kannst du deine beiden Fähigkeiten nicht ausnutzen, und die sind echt wichtig, weil die Werte, die Werte sind's einfach nicht, was Quaxo, äh, Quaxo sag ich schon, Kapaloris ausmachen. Also ihr müsst es eigentlich schon fast nennen, äh, Raindance Sweeper, ähm, ja, machen wir das einfach mal. Wir haben jetzt hier eine Raindance Sweeper mit Speed Doubled, und dann hauen wir einfach mal hier die Left, äh, die Lefty, sag ich schon, die, guter, den guten alten Life Orb drauf. Natürlich können wir auch optional hier die Assault Mist spielen, ist auch nicht schlecht, aber ich würde euch das einfach empfehlen, und dann habt ihr natürlich hier einen guten Step-Angriff mit Energy Ball, sollte mit den Life Orb, und, ja, auf jeden Fall guten Schaden machen, und, ja, Blizzard, ich glaube, wir können auch Ice Beam ein bisschen sicher machen, ein bisschen sicherer spielen, Blizzard könnt ihr nur die Euro drauf tun, wenn ihr es unbedingt wollt, aber, ja, eine sichere Attacke bevorzuge ich dann persönlich eigentlich immer mehr, und, ja, ansonsten haben wir hier noch andere schöne Attacke, ich weiß grad gar nicht, außer nicht, was das alles kann, äh, 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 okay, jetzt bin ich in einer peinlichen Situation, wie, äh, zauber ich mich hier raus, äh, pssch, oh, da bin ich auch schon wieder, verdammt, aber auch, da, pff, kann auch sein, dass ich im Movepool nachgeschaut hab, ich weiß von nichts, Jungs, äh, jedenfalls haben wir hier noch einen Focus Blast, und ihr könnt hier natürlich auch noch, äh, statt den Energy Ball, was ich grad gesehen hab, den Giga Drain wählen, ist natürlich auch nicht schlecht, und als letzten Move ist natürlich blöd, dass wir hier eigentlich gar nichts so gut drauf haben, deswegen würde ich euch einfach für den Überraschungsmoment den Fake-Out nehmen, ihr habt einfach eine Prio, und könntet eigentlich so schön Sashes kaputt machen, weil mir fällt jetzt persönlich kein vierter Move, außer eine HP, die hier wirklich effektiv, ähm, diesen Pokémon weiterhelfen würde, natürlich eine HP hilft weiter, aber so viel mit HPs braucht ihr im N.U.S. auch nicht rumhantieren, den Knock-Off, es macht's ja kaum Schaden, aber ihr habt das Item weg, es ist immer was Gutes, ansonsten würde ich euch vielleicht sogar den Skald, ich Idiot, bin ich irgendwie blöd, bin ich irgendwie blöd? Ja, Leute, ich bin blöd, ich hab einfach den Surf, den Surf vergessen, beziehungsweise den Skald, wir haben ja hier, äh, wir können uns ja hier, ähm, auch den Burn sichern, aber den Damage ist doch dann, äh, doch zu bevorzugen. Und dann die EVs legen wir natürlich dann auch, das ist auf Spezialangriff, und durch den, ähm, Rain, äh, Swift Swim, also da wir den Regen wahrscheinlich draußen haben, ähm, ja, haben wir auch die Möglichkeit, alles zu outspeden, ja, auch mega, äh, outspeden, sogar mega, älte, 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 älte Sam, deswegen können wir hier auch echt mal ausnahmsweise auf ein mäßiges Wesen gehen, weil ich glaube, es gibt nicht viele Ausnahmen, die es dann outspeden, und selbst wenn, dann sind wir eh gefickt, weil schaust, saustellester Scheißteil, naja, das war jetzt das eine Set, ich würde mal sagen, Kapalores funktioniert im Regen, kann man sagen, Kapalores braucht den Regen, ohne Regen läuft nichts, und das kann ich euch jetzt als erste Einschätzung sagen. So, dann wollen wir natürlich noch die andere Fähigkeit hier benutzen. Dann können wir hier noch natürlich die Leftovers draufpacken. Giga Drain als Recovery, Scald als zweiten Angriff. Natürlich haben wir jetzt auch noch viele Attacken wie Leech Seeds zur Verfügung. Schön so zu stallen oder Synthese kann es, glaube ich. Ja, Synthese kann es auch noch. Also, es hat hier schon seine Stall-Attacken. Giga Drain, oh, ups, jetzt habe ich da eine 3 reingetan. Wie so ein Swag-Schreiber, ihr kennt die ja alle. Und ja, ihr könnt natürlich auch statt Surf oder Scald, was ich euch vorhin empfohlen habe, auch den Hydro Pump angreifen, weil die macht einfach den Überschaden. Aber wenn ihr den Burn haben wollt, nehmt Skald, aber für den Schaden, Leute, lohnt es sich eigentlich wirklich. Natürlich könnt ihr dann, da es ja jetzt ein Supporter bzw. sehr ein defensiveres Pokémon ist, könnt ihr natürlich auch mal hier einer der Attacken, vielleicht Leech, die wegmachen und einfach den Raindance draufspielen, weil dann kriegt ihr selber den Raindance draus und ja. Es gibt auf jeden Fall viel zu diesem Pokémon zu sagen. Ich hätte euch jetzt noch mal eine letzte, weh ich, äh, eine letztes Moveset zeigen, war es gar nicht mal so scheiße. Ich habe es einmal gespielt und es hat einen 6-0-Sweep gegeben. Also es war richtig lustig. Und zwar, wir holen uns ja natürlich die, ähm, guten alten, äh, die guten alten, äh, Wassertempo, guten alten Wassertempo, bestes Deutsch, und haben hier wirklich mal Fake-Out und Swordsense. Damit rechnet kein Mensch dieser Welt, Leute, das kann ich euch sagen. Ihr habt den Swordsense draußen und dann ist es echt lustig, was ihr einfach mit dem ganzen Ding hier anstellen könnt. Ihr habt natürlich nicht gerade den besten physischen Move-Pull, aber so ein Knock-Off könnte man spielen. Was könnte man denn hier noch spielen? Den Ice-Punch als Coverwitch, aber wir haben hier gar keine schöne, äh, Step, Step, Bullet Seed als Step. Müsst ihr natürlich auch noch treffen, ist natürlich auch nicht so geil. Ähm, ja, also ihr könnt es mal machen. Ich habe es einmal, wie ich schon gesagt, geschafft mit einem 6-0-Sweep. Hier haben wir noch die Seed-Bomb, da haben wir einen starken Step. Den solltet ihr eigentlich auch nicht verzichten. Also Swordsense, Ice-Punch, Knock-Off. Also wenn das klappt, Leute, dann fresse ich echt einen Besen. Also bei mir hat es einmal geklappt. Wir haben auch noch Thunderpunch und so ein Headbutt. Und ja, ich würde euch aber einer der beiden erst genannten Variationen, äh, ja, empfehlen. Aber ansonsten Kapalorus ist echt ein tolles Pokémon. Mein Schlussfazit ist einfach dazu, wir brauchen den Regen. Ohne Regen funktioniert Kapalorus so wie gar nicht, weil wir haben einfach nicht die Stats, die wir brauchen, um ohne Regen zu funktionieren. Aber wenn wir den Regen haben, Leute, dann ist Kapalorus auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Pokémon. Mann, was kann ich euch sagen? Versucht es einfach mit einem der drei Sets. Wow, echt ein Rekord, dass ich mal drei Sets vorgestellt habe. Aber Kapalorus ist einfach vielseitig. Schauen wir mal, wie das aufgeht. Und ja, Leute, das war es wieder mal hier von unserer wunderschönen Strategiestunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann schreibt doch einfach mal in den Kommentar, wie ihr Kapalorus spielen werdet. Ich werde auf jeden Fall wahrscheinlich auch viele Kommentare mit, uh, Kapalorus, bester Mann, sehen, weil Kapalorus ist, glaube ich, in der Pokémon-Community so beliebt. Auf jeden Fall habe ich das so mitgekriegt. Naja, weil ihr einen besseren Smooth-Set habt, schreibt es rein. Falls ihr ein anderes Pokémon sehen wollt oder einfach mal, ja, denkt, ja, komm, stell das mal vor, weil dann weiß ich, wie das geht. Dann schreibt es mir in den Kommentaren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Wertung da. Und dann sage ich euch, ciao. Wir sehen uns in einer Strategiestunde oder anderen Formaten. Bis dann, Leute.